Also nun kriege ich doch Panik. Ganz gleich ob Wetter aussieht, ein Netter aussieht. Wenn wir nur gemeinsam draußen sind, dann wird es schon schön. Ganz egal ob in Wetter, da soll ich sein, Mann. Ein echter Witz, bedenkt man, was wir schon alles durchhaben. Alienentführung, Flüchtende Schinko-Saurier, Waschbären im Untergrund. Also genau genommen war es nur ein Waschbär. Ein Zahl. Also ich hab ein gutes Gefühl dabei. Gar kein so schlechtes, nur ein gutes. Ja, schneit. Das Ramp war heiß, das ist einen tollen Tag. Wir dir... Kaufen, Heulen und Verwärter. ...sach uns gestellt. Okay, Zelte zu verkaufen. Ihr braucht es, ein Mannzelt zu verkaufen. ...wenn wir ganz gewiss, wobei unsere körperliche Herzen schon beantwortlich ist. Auf Schlitten, Schere und Schneeschuhen kommen wir voran. Was aufgefunden, guter uns verlieben kann. Was geht, was wir uns rissen? War gewordener Albtraum. Die gute Nachricht ist, wir leben noch. Geht es dann verheiß, der ist ein tolles Tag. Was lasse ich gerade? We�, Juli.